Übung macht den Meister. Um ein Instrument so zu beherrschen, müssen Musiker viel üben. Viele Geiger beginnen bereits in ihrer Kindheit und spielen mehrere Stunden täglich. Doch das intensive Musizieren mit der Geige führt auch zu einer beeinträchtigenden Berufskrankheit. Viele Geiger haben eine unangenehme, schmerzhafte Druckstelle am Hals. Was ist der Grund dafür? Und kann der Schmerz beseitigt werden? Es ist wie ein Teufelskreis. Der Druck des Kinns auf den Kinnhalter verhindert, dass das Blut normal zirkulieren kann. Die Nervenenden werden nicht ausreichend mit Blut versorgt, der Trigeminusnerv und der Alveolarnerv werden zusätzlich eingeklemmt. Sie senden das Signal als Schmerz an unser Gehirn. Der spezielle orthopädische Kinnhalter Trigemi kann helfen, dieses Problem wieder loszuwerden. Er entlastet Kinn- und Kieferknochen. Denn der gepolsterte Kinnhalter Trigemi wurde vom Orthopädietechniker Josef Bögelein entwickelt, gemeinsam mit Mamuka Paresi, dem führenden Violinisten des Georgischen Kammerorchesters der Stadt Ingolstadt. Trigemi ist eine neue Erfindung, die seinen Namen aus dem medizinischen Terminus Nervus Trigeminus erhalten hat. Die Erfindung ist in Deutschland patentiert. Auf den gewohnten, harten Geigenteller wird ein Polster aus einem speziellen orthopädischen Material angelegt, das eine hohe Rückstellkraft hat. Das Material in Rot ist zur Prävention dieser Krankheit. Das schwarzfarbige Polster ist für diejenigen, die erste Beschwerden haben und sie loswerden möchten. Ein spezielles Polster mit anatomischer Form ist für die Musiker, die permanent während des Spiels Schmerzen verspüren. Der Überzug aus echtem Lammnapper ist besonders hautfreundlich, nimmt den Schweiß leicht auf, ist abwaschbar und pflegeleicht. Es deckt auch die Befestigungsvorrichtung aus Metall ab und verhindert eine Nickelallergie. Der Unterbezug besteht aus einem reißfesten Stretchmaterial, das ebenfalls waschbar ist und antibakterielle sowie geruchshemmende Eigenschaften besitzt. Der handgenähte Bezug aus hochwertigem Leder wird von geschickten Händen in deutscher Handwerksqualität hergestellt. Soundproben im Studio und Konzertsaal haben bestätigt, dass die Verwendung des Kinnhalters Trigemi keine negativen Einflüsse auf die akustischen Eigenschaften des Instruments hat. Damit das Geigenspiel nicht nervt, bauen Sie den orthopädischen Kinnhalter an Ihre Geige und setzen Sie ihn während des Unterrichts, bei Proben und bei Ihrem Auftritt im Konzertsaal ein. Musizieren Sie wieder mit Freude, befreit von Schmerz und Leid. Schmerz und Leid.